Herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Hell yeah. Wir sind bei 3 Boss Savannensauce runter, gehen wir jetzt rein. Wir haben im letzten Part erstaunlich guter Weise, erstaunlicherweise sehr gut den 3K-Tempel, das 3K-Level sehr, sehr schnell abgeschlossen. Und schauen, was der Boss in der Savanne so auf sich hat. Ich möchte, glaube ich, Dixie, weil Dixie ist ein guter Freund von mir geworden. Ich mag Dixie. Oh, wir gehen in ein Häuschen rein. Ich bin gespannt. Ein Ninja-Orang-Utan-Chimp. Wie hießen die Affen? Nochmal. Was zur Hölle? Ich bin gerade ein bisschen... Okay, okay, okay. Den kann ich nicht hauen, oder was? Warum sind das denn jetzt auf einmal vier? Ich check das nicht. Der mit dem Hammer... Was zur Hölle? Okay, die kommen mehrmals. Okay, und den kann ich jetzt hauen. Und den auch. Oh, jetzt nicht mehr. Der dringt sich einfach... Oh Gott, man kann auf den draufspringen. Okay. Schnell da hin. Mein Gott. Schnell da hin. Okay. Muss ich... Oh, der Hammermann. Ducken. Er hat auch einen Hammer. Aua, okay. Da hilft Ducken auch nicht. Mache ich den jetzt gerade richtig? Mache ich ihn falsch? Anscheinend mache ich ihn richtig. Er hat die Farbe geändert. Oh, kann ich das Ding überhaupt tragen? Das ist stachlig. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das tragen kann. Ich glaube... Ah, dich kann ich tragen. Okay, einer. Ah! Nein! Da habe ich die Decke getroffen. Okay, ich muss die jetzt abwerfen, diesen Melonen. Kein Ding. Das ist kein Ding. Da habe ich mich selbst getroffen. Wow. Ah, nein. Aua. Spring rauf. Spring auf ihn. Ah, nein. Kann ich jetzt nicht. Rollen? Okay, umrollen. Umrollen. Das geht immer. Oh, nein. Okay. Umrollen. Was macht er jetzt? Wird er nochmal dunkel? Ah! Huch! Jetzt macht er Geisterparty. Was ist das denn jetzt? Jetzt wirft er uns mit den Stachelbomben. Wirft er auch mal die richtigen Bomben, die ich hochheben kann, oder? Ah! Okay. Gib mir das Herz. Das brauche ich. Okay, was macht er jetzt? Der ist ja sehr... Der ist ja cool, ne? Muss man ja mal... Oh Gott! Was zur Hölle? Muss ich die Geister... Was? Der dauert doch vor lang. Was ist da los? Muss ich die Geister kaputt machen? Ich glaube, es ist... Didi? Ja, nee. Didi eigentlich ja auch nicht. Na, egal. Na gut. Gehen wir rein. Ninja-Affen. Jetzt geht's aber ab hier, ne? Jetzt ist der schon dunkel. War der vorher auch schon so dunkel? Okay. Den Hammermann. Den möchte ich nicht haben. Oh, weg. Ja. Den krieg ich. Jawohl. Den auch. Können das ja alle ganz schnell fertig machen hier. Wo kriegt der seine ganzen Affenkumpels her? So, jetzt rollen die wieder. Gehen sie wieder ab. Okay, sind beide auf einer Seite. So, du bist kaputt. Und du bist jetzt der Nächste. So. Wo holst du die alle her, ey? Ist ja schrecklich. Bist du ein normaler? Ja, du bist ein normaler ohne Hammer. Du auch. Können wir zu den Bomben kommen? Ja, sie rasten jetzt aus. Wuh, 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 wuh. Oh ja, komm. Dann, äh, wirf mal. Ja. Wirf mal den. Genau, den brauch ich. Eins. Und Nummer zwei. Jawohl. Nummer drei auch noch. Das wär toll. Was kommt jetzt? Ach ja. Das rumhüpfen. Wo man die umschützen. Schützen müsste. Ist das eigentlich immer der gleiche? Oder ist das ein anderer immer? Würde mich ja mal interessieren. Haust du jetzt ab? Warum haust du ab? Du bist langweilig. Kommst jetzt doch wieder. So, jetzt werft ihr wieder den Kram. Und jetzt? Hilft mir einer. Genau das brauche ich. Ah, nein. Nicht mehr umdrehen. Äh. Die so rumschaukeln. Die ja auch jetzt anfangen zu werfen. Eigentlich kann man ja stehen bleiben. Ist ja alles nicht gefährlich. Äh. Das ist jetzt unangenehm. Nein, hebt das auf, Donkey Kong. Okay. Das war knapp. Was macht er jetzt? Jetzt seilen die sich ja so komisch dumm rum. Oh Gott. Oh Gott. Hammermann. Weg hier. Den Hammermännern abhauen. Du hammers nicht. Du wirfst. Soll ich mich treffen lassen? Ich seh nicht, Idiot. Ah. Ich seh nix. Hier ist zu viel los. Oh mein Gott. Inda, komm. Jawoll. Er ist der Haupttreffer, dem wir landen müssen. Was machen sie jetzt? Wieder das. Oh. Die rasten nur ein bisschen aus. Aua. Ich hab nicht aufgepasst. Weil ich nix seh. Weil hier zu viel los ist. Jetzt hat er ein Hammer in der Hand. Ah. Da ist die Melone gefallen. Da ist die Melone gefallen. Ah. Ach, wieder nur ein Schlag. Was soll denn das? Bing. Ah, egal. Wir haben's geschafft. Mein Gott. Hey. Cooler Bosskampf. Muss ich noch nicht mal viel schneiden. Denn ich hab ja nur einmal gefailt. Zum Glück nicht so viel wie bei der Eule. Mann. Aber warum will der nicht... Beim Boss will er nicht, dass ich schlage. Keine Ahnung. Da will ich's nicht. Weil fast sonst funktioniert's immer. Gucken wir uns die dritte Welt an. Dritte? Vierte Welt, ne? Ist das schon die vierte? Ja, ich glaub schon. 4-1. Playa del Kong. Oh yeah. Gucken wir uns das mal an. Ich bin gespannt. Das wird sehr, äh, insel... ...lich. Vielleicht. Ja, wie kann man das nennen? Wenn's inselig wird. Ozeanisch. Keine Ahnung. Mir fällt grad das, äh, paradiesisch. So. Mein Gott. Was bist du denn? Ich glaub ja, da muss ich dran vorbei rollen. Moment mal. Oh Gott. Du bist neu. Ah, nee. Nicht dran vorbei rollen, sondern... Ah! Kann ich denn... Oh, nee. Dich kann ich, glaub ich, nur bewerfen. Okay, schwimmen ist ja auch angesagt. Da ist was versteckt. Nicht? Das sah sehr auffällig aus. Ah, die Muscheln kann ich öffnen. Okay. Dieser Kreis Bananen hat auch ein Geheimnis. Eine Münze. Bin ich immer gespannt... Oh, meine Luft geht aus. Stimmt. Da war was. Ich muss mal kurz auftauchen. Ah, guck mal. Aha. Einmal kurz auftauchen. Ich vergesse mal, dass Donkey Kong Luft braucht. Oh Gott. Hier geht's ganz schön tief runter. Ey. Ich weiß aber auch gerade nicht... Wo es hin soll. Hingehen soll. Soll es ins Wasser runter oder soll es da runter? Das ist jetzt so eine Sache. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich ein Puzzletal gefunden. Ui. So. Was haben wir denn hier? Das ist eigentlich das Besondere an den roten Fischen. Da kann ich auch runter, aber... Achso, ich hätte hier so hoch gesollt. Achso, okay. Gut, dann weiß ich, dass das schon mal nicht der Weg ist. Soll also runter ins Wasser. ins tiefe Meer. Wo die Fische... ... und Kars rumschwimmen. Da ist ein geiles. Wo ist hier Luft? Ich brauche Luft. Wo ist denn... Ah, da rechts war, glaube ich, Luft. Warum bin ich jetzt gestorben eigentlich? Der Fisch hat mich doof getroffen. Hm. Naja. Schade ist das. So, den bewerfen wir mal. Oh Gott. Das war so schlecht. Machen wir es halt so. Kein Ding. Und ab ins Wasser. So, jetzt muss ich das Kano holen. Ich hoffe einfach mal insgeheim, dass ich keine Münzen... Münzen... Puzzleteile verpasse. Sag ich schon, statt... Puzzleteile Münze. Hier ist ein Luftbläschen, das ich mir jetzt mal eben gönne. Und hier hat man die Ausflug zwischen... Cranky... Didi... Und... Dixi... Oh, warte mal. Wie packe ich die denn aus jetzt hier? Oh, ich habe jetzt... Nein. Jetzt habe ich... Huch. Ach, er kann... Ach, er kann auch was. Jetzt habe ich ihn direkt verloren, weil ich zu doof bin. Den brauche ich doch sicher gleich. Mann. Dann halt nicht. Hallo, du süßer kleiner Seeegel. Was ist denn mit euch los? Da ist noch eine Münze drin. Hier gibt es irgendwie Luft. Was ist da? Was ist das? Ein Knopf. Und es kommt raus... Ein Fass. Ist das Fass jetzt Secret oder... Anscheinend. Okay. Oh. Was ist denn hier los? Sicher, dass das ein Secret ist? Was ist das hier? Ich möchte auf jeden Fall... Moment. Alle Bananen haben. Okay. Das ist ja krass hier. Ist das jetzt Secret oder ist das das richtige Level? Aha. Ich vermute nämlich fast, dass es das richtige Level ist. Was ich gerade nicht so... Oh Gott, meine Luft. Aber... Egal. Das Checkpoint hier, das ist das richtige Level. Verdammt. Dann habe ich 100 pro... Aber 100 pro... Ein Puzzleteil verpasst. Und nicht nur eins. Wie viel gibt es denn hier? Sieben mehr. Da habe ich auf jeden Fall eins verpasst. Aber es ist schön hier. Schön hier. Könnte ich Urlaub machen. Jetzt nicht vielleicht unbedingt hier drin. Und die Musik, die feiere ich ja so ein bisschen. Die ist so... Ach, dieses alte Spielgefühl. Die Musik und... Ach, schön. Die Musik belebt halt irgendwie die Erinnerung an die alten Donkey Kong Countrys wieder. Kann ich da rein? Jawohl. Ach ja, Erinnerung an früher. Das waren noch Zeiten, wo man als kleiner Junge Donkey Kong Country gespielt hat. Und... Ganz schön... Oh, warte mal. Stimmt. Man muss ja hier hauen. Und ich habe versagt. Dankeschön. Aber wir haben es wenigstens synchron gesammelt. Dankeschön. Ich muss hier sowieso nochmal rein. Von daher... Egal. Denn ich habe in dem ersten Bildschirm nicht... Im Leben nicht alles bekommen. So, wen haben wir denn hier? Dixie. Was kann denn Cranky unter Wasser? Gucken wir mal. Hast du, der kann hauen? Ja, das ist natürlich auch geil. Was bist du denn? Geh mal weg. So. Mit Cranky Kong können wir nämlich jetzt hier voll rumhauen. Wee. Ich muss nochmal in die Luft theoretisch, aber ich traue mich nicht. Was ist... Was hat mich denn jetzt getroffen? Moment. Erstmal gibt es hier Luft. So. Und dann kann man hier rein. Und dann gibt es hier ein Puzzleteil. Vielleicht bin ich... Vielleicht habe ich ja doch nicht alles verpasst. Außer bei dem Bonuslevel jetzt. Was mich sehr stört. Was hat Cranky eigentlich für eine Spezialfähigkeit? Also an... Oh. Was zur Hölle? Ey. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah. Oh, warte. Ich brauche Luft. Oh nein, ich brauche Luft. Moment, ich muss zurück. Oh Gott. Vielleicht muss ich auch alle Bananen sammeln. Fiel mir gerade so ein. Deswegen... Wollen wir uns mal dagegen drücken und... Nicht alle Bananen sammeln. Okay. Okay, 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 okay. Zurück. Stopp, 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 stopp. Keine Voreiligkeiten hier. So. Oh, die Musik. Oh Gott. Das ist so toll. Ich glaube, dieses Spiel genießt man nur, wenn man die alten Teile mal gespielt hat. Also dann genießt man es richtig. Was ist denn hier? Da ist nichts anscheinend. Da kann man aber rein, glaube ich. Hier. Auch nicht. Alles irgendwie... Alles so beweglich hier und dann irgendwie doch nicht. Jetzt nicht mal da rein. Okay. Oh nein. Oh nein. Da kann man nicht durchschwimmen. Nur man... Invisible ist... Invincible. Invisible. Invisible ist unsichtbar. Invisible. 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 So, danke für die Luft. Was ist hier? Hier muss ich wieder das Licht anmachen. Okay, kein Ding. Moment. Jetzt mal möchte ich alle Bananen haben. Das ist sehr cool hier. Okay, es hat irgendwas gemacht. Oh. Oh. So. Kriege ich bitte Luft? Ich habe vergessen Luft zu holen. Oh. Danke. Und runter. Oh. Okay, jetzt wird es auch noch so gefährlich. Hallo, N. Habe ich das... Habe ich die anderen? Ja, die habe ich. Cool. Schnell. Schnell. Oh Gott. Hallo, Cranky. Didi. Ich möchte Dixie haben. Dankeschön. Was ist hier kaputt? Ist das... Was ist das? Was ist das für ein Gebilde, was hier rum... Das ist ja alles sehr cool auch, ne? Aber was ist es? Was soll es da stellen? Nicht nochmal rein. Dixie würde ich jetzt schon gerne behalten. Wobei mir die... Wobei mir die Luft irgendwann ausgeht hier. Luft? Was ist hier ein Geheim-Level? Luft? Oh, da ist Luft. Oh Gott. Schon wieder du. Du bist mir überhaupt nicht sympathisch. Geh mal weg. Und ich glaube, wenn ich alle Bananen sammle... Nein. Wenn ich alle Bananen sammle... Gibt es hier was Tolles? Mach ihn tot. Warum stirbt er nicht? Aber ich habe das Puzzleteil. Ich habe es. Ist meins. Gehört mir. Drei von sieben erst. Ernsthaft? Habe ich es denn gekriegt? Ich glaube schon, ne? Hoffen wir einfach mal, dass ich es gekriegt habe. Hatte. Schnell dadurch. Oh Gott. Und nimm irgendeinen von... Irgendeinen... Den... Den dreien... Was? Ich vermute, dass es hier auch ein Puzzleteil geben könnte. Wenn man alles sammelt. Das ist so aufwendig, dass es schon wieder wahr sein könnte. Das ist so dumm hier, sich zu rollen. Ich werde mir da unten mal das... Ach, das ist so doof hier. Wenn irgendwo gegen die Wand tickt... Hat man verloren. So, jetzt möchte ich hier... Cranky wäre natürlich hier die Topfchoice. Äh, die Topfchoice vor allem. Die Topfchoice. Weil sobald man schnell schwimmt, hat man die Kontrolle nicht mehr. Für dich habe ich. Das ist ja kein Ding. Gut. Nehmen wir jetzt mal raus. Und sammeln hier die Restbananen. Wobei das ist so fies. Wollt, das Spiel ist fies. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wobei das sehr gefährlich ist, was ich hier tue. Und ich schon wieder Luft holen muss. Okay. Und da die Bananen hier rumfahren, muss ich ja nicht unbedingt immer... Perfekt mitfahren. Perfekt mitfahren. So. Jetzt noch die. Wehe. Das gibt nichts, wenn ich das jetzt alles gemacht habe. Okay, ich muss runter. Ich muss wieder Luft holen. Das war eine gute Runde. Und da kommen gerade Bananen rum. Wenn ich das jetzt holen werde. Da ist er. Okay, und das noch. Dann müsste ich alles haben. Nichts gegeben. Na, danke. Ach ja, die Oluf gehabt. Ist hier noch was? Nein. Okay. Das Level ist aber schön, muss ich immer mal sagen. Wow, was ist hier los? Ich hab mich verletzt. Ernsthaft? Wow. Da ist das G. Oh, ich hab's. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Komm, diese Level muss ich jetzt aber noch einmal beenden, wenigstens. Dann haben wir nämlich, äh, ach, fuu. Dann haben wir nämlich erfolgreich, äh, den Boss gemacht noch. Ach, jetzt gibt's doch nicht, Herr Tier. Was ist denn hier los? Hey. 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 Was machst du denn, Donkey Kong? Was machst du denn? Was soll das? Darf ich dich auch nicht berühren, wenn sie zu sind? Habe ich aber vorhin was anderes gemerkt, irgendwie. Dachte ich zumindest. Nein. Ach, ja, komm. So ein... Warte mal, ich will Cranky Kong, glaub ich, haben. Weil der Cranky Kong kann hauen. Falls da was kommt. Ach ja. Du bist so ein Held, Nephi. So ein Held. So ein Held. So, hier gibt's Luft und hier muss ich den Schalter wieder drücken. Kein Ding. Cranky haut uns... Cranky haut uns in Sicherheit. Und das G möchte ich haben. Ja, okay, Cranky. Alles wird gut. Wir haben's geschafft. Hier gibt's nochmal Luft, das hat einen Grund. Aha. Ein Level am Ende des Levels. Oh Gott, ohne Hilfe. Das ist so ein Ding, was ich lieber gerne mit Partner machen würde. Also mit Kumpel. Mit Didi-Kumpel oder Dixi-Kumpel. Cranky ist jetzt nicht so nützlich, weil deswegen... Aber ich muss ja eh nochmal in das Level rein. Weil ich hab ja einen Scheiß gesammelt hier. Okay, aber wir haben das Kong hier gesammelt. Und das ist das Wichtigste. Okay. Gut, dann kann ich mich jetzt verabschieden. Wir haben den Boss gemacht. Wir haben den ersten Level in Ocetanien gesehen. Schöner Name. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Wir sehen uns im nächsten Part von Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.